ja hallo 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 wir sind heute hier bei radio rheinwelle machen unsere live show und wir sind noch im auto und wir nehmen euch jetzt mal mit wie wir ins studio reingehen aufregend behind the scenes sagt man ja auch dann an dieser stelle jetzt gehen wir erstmal koffer holen koffer holen ist immer ganz wichtig weil das ist ja da ist ja das ganze equipment drin und wenn equipment nicht dabei ist dann geht es ja nicht machen sie mal koffer raum auf chauffeur chauffeur genau so holen sie mal einen koffer raus concierge der ist ja chauffeur der ist concierge meckertante ist er auch noch du kannst doch nicht mit dem bus nach hause fahren weißt du das busfahrer ist auch noch was bus her gibt es doch gar nicht aber ein geiles angebot anstatt mit dem auto mit dem bus dann hier übrigens das ist mein kofferchen hier das ganze equipment drin was man so braucht beim radio und der christian geht jetzt vor ich weiß gar nicht warum wahrscheinlich will er nicht im bild sagen riecht sie irgendwie komisch ich muss jetzt wieder mit diesem tollen super duper schlüssel hier der nie so richtig funktionieren müssen wir rein das ding ist ja wir sind jetzt gleich im gang und der gang der ist 100.000 millionen kilometer lang eine mega fantastrillionen jetzt hatten wir schon wieder einen cut weil die kamera speicher voll hatte also wirklich doch du bist im bild du bist im bild einmal wenigstens bist du im bild ich lauf hier und hier der der gang der ist so saulang und saulaut und halt wie die sau gibt es ja nicht überwachungskameras warum ich frage ich frage für einen freund das ist jetzt hier original behind the scenes da wo man normal nicht hin kommt das ist hier wie heißt sagt man wie heißt das backstage wir sind gerade auch backstage bei radio rheinwelle ja und die leute die hier vorbeilaufen die haben nichts damit zu tun die man sich ja die man ja backstage bei radio rheinwelle jetzt müssen wir hier die tür die musst du aufmachen damit du nicht wieder durch die scheibe wie letztes mal sondern so das heißt wir haben aber wir sind aber beschlüsselt nicht auf keine reihe das geht sogar respekt und anerkennung ist halt late night bei late night ist es natürlich immer spät kommen sie rein können raus gucken und jetzt machen wir mal hier ins studio reinkommen da ist direkt das studio schon vorbereitet schon vorgewärmt sozusagen und hier machen wir jetzt gleich late night live auf radio rheinwelle 92,5 richtig also die sendung wird ja dann gleich und komische musik also wirklich und hier hinten hinten geht es den gang so lange da hinten ist dann hier stellen wir gleich das bier hin und wollen dann in der pause immer eindringen das catering sozusagen aber es dauert noch ja das war radio rheinwelle backstage beziehungsweise shogi banoki backstage und bis zum nächsten mal ich sag cheerio miss sophie und bis zum nächsten mal und Bis zum nächsten Mal.